Gunther Wenz ist ein deutscher evangelischer Theologe lutherischer Prägung und emeritierter Ordinarius für systematische Theologie der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Derzeit leitet er die Wolfhard-Pannenberg-Forschungsstelle an der Hochschule für Philosophie München. Leben und Werk Nach dem Studium der Evangelischen Theologie wurde Wenz 1976 mit einer bei Wolfhard-Pannenberg angefertigten Dissertation über Paul Tillich zum Dr. Theol promoviert. Die Habilitation erfolgte 1980 nach zwei Jahren im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und der Ordination zum Geistlichen Amt. Thema der Habilitationsschrift war die Geschichte der Versöhnungslehre in der Evangelischen Theologie der Neuzeit. 1984 übernahm Wenz eine außerordentliche Professur in München. 1987 Dekasekunden Ordinariat für evangelische Theologie mit Schwerpunkt systematische Theologie und theologische Gegenwartsfragen an der Universität Augsburg. Rufe nach Kiel und Straßburg lehnte er ab. 1995 kehrte er als Nachfolger Pannenbergs auf den Lehrstuhl für systematische Theologie und im Direktorat des Instituts für Fundamentaltheologie und Ökumene an die Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU zurück, wo er bis zu seiner Emeritierung lehrte. In einem zehnbändigen Werk zum Studium der systematischen Theologie hat Wenz den Gesamtzusammenhang der Dogmatik thematisch entfaltet. Besondere Forschungsinteressen galten der lutherischen Bekenntnistradition, den Problemen einer ökumenischen Theologie sowie der neuzeitlichen Philosophie und Theologiegeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Traditionen des deutschen Idealismus. Wenn zwei Jahre lang Schriftleiter der Zeitschrift Kerygma und Dogma, wissenschaftlicher Leiter evangelischerseits des ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen, Mitglied der Generalsynode der WEGT und der Synode der EKD sowie der Kammer für Theologie der EKD und zahlreicher anderer Gremien und Studienausschüsse, Der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehört er seit 1998 als ordentliches Mitglied an. Auszeichnungen 1999 wurde Wenz mit dem Hermann Sasse-Preis ausgezeichnet. 2009 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Bebsbou-Lüay-Universität Cluj. Schriften, Subjekt und Sein Die Entwicklung der Theologie Paul Tillichs München 1979 Geschichte der Versöhnungslehre in der evangelischen Theologie der Neuzeit Bent 1 bis 2 München 1984-1986 Einführung in die evangelische Sakramentenlehre Darmstadt 1988 Theologie der Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche Eine historische und systematische Einführung in das Konkordienbuch Bent 1 bis 2 Berlin, New York 1996-1998 Grundfragen ökumenischer Theologie Gesammelte Aufsätze Bent 1 bis 2 Göttingen 1999-2010 Lutherische Identität Studien zum Erbe der Württemberger Reformation Bent 1 bis 2 Hannover 2000-2002 Till Ergriffen von Gott Zinzendorf, Schleiermacher und Toluck München 2000 Tillich im Kontext Theologiegeschichtliche Perspektiven Münster 2000 Der Kulturprotestant Adolf von Harnack als Christentumstheoretiker und Kontroverstheologe München 2001 Wolfhard Pannenbergs Systematische Theologie Ein einführender Bericht Göttingen 2003 Hegels Freund und Schillers Beistand Friedrich Immanuel Nithammer Göttingen 2008 Als Herausgeber Eine neue Menschheit darstellen Religionsphilosophie als Weltverantwortung und Weltgestaltung Eröffnung der Wolfhard Pannenberg Forschungsstelle an der Münchner Hochschule für Philosophie Philosophische Fakultät SJ Studium Systematische Theologie Göttingen Religion Aspekte ihres Begriffs und ihrer Theorie in der Neuzeit Offenbarung Problem Horizonte moderner evangelischer Theologie Kirche Perspektiven reformatorischer Ekklesiologie in ökumenischer Absicht Gott Implizite Voraussetzungen christlicher Theologie Christus Jesus und die Anfänge der Christologie Geist Zum pneumatologischen Prozess altkirchlicher Lehrentwicklung Schöpfung Protologische Fallstudien Sünde Hormatheologische Fallstudien Versöhnung Soteriologische Fallstudien Vollendung Eschatologische Perspektiven